Ja liebe Leute, einen wunderschönen guten Tag, willkommen zur kleinen Stream-Ankündigung. Und zwar werde ich heute wieder mal streamen, circa 21 Uhr beginnt. Und ich wollte ja, habe ich ja auch heute in der Folge von Jump League mal erwähnt, ein bisschen mehr das Augenmerk auf die Streams auch legen, weil ich das wirklich drei, viermal die Woche mache und ich mir da auch sehr viel Mühe mitgebe. Ihr könnt ja mal so grob sehen, wie meine Anordnung. Einmal habe ich diese Aufmachung hier, da steht immer so ein paar Informationen, was, wie läuft, wer, was ist, worum es geht, wie auch immer. Und dann gibt es auch noch diese hier. Klatsch. Dann, wenn wir in-game sind, haben wir da unten gleich noch einen Counter gleich im Stream, wie lange ich ungefähr noch streamen werde. Plus, ich habe nochmal wirklich jetzt alles optimiert, neue Geräuschkulisse hinzugefügt bei Subscription und bei Spenden und so weiter und so fort. Zudem habe ich noch hinzugefügt, dass man ab jetzt, je nachdem wie lange man die Streams guckt, heißt, Viertelstunde bekommt man immer ein paar Curryking. Ja, ein Curryking bekommt man dann. Und von diesen Currykings kannst du dann irgendwann dann tolle Sachen irgendwie nicht kaufen, aber du kannst dann, oh, bei Gewinnspielen mitmachen oder die eben den nächsten Spielmodus wünschen. Wenn du halt genügend, ja, Currykings hast, dann kannst du die eben dann einsetzen. Da habe ich mich da ein bisschen, um halt die Langzeit-Stream-Verfolger wirklich dann auch mal wirklich zu würdigen und dann können die halt ein bisschen mehr entscheiden, als also die nicht zu gucken oder ganz selten dabei sind. Ich glaube, das ist eine Sache, die ziemlich interessant werden könnte. Und da habe ich mir jetzt nochmal ein paar Stunden reingelesen in die ganze Materie. Und ja, jetzt bin ich ready. Und das heißt, heute geht es los. Ich streame mal wieder. 1,20 Uhr kommt vorbei auf Twitch. Link in der Videobeschreibung. Und alles Weitere dann, ja, können wir uns ein bisschen quatschen, können wir ein bisschen interagieren im Chat und so. Ich freue mich sehr auf euch. Ich hoffe, ihr kommt wirklich talreich heute. Ich werde mich freuen, auch wenn es ein bisschen spät ist heute. Aber ich habe morgen keine Schule. Es ist ja morgen nur Dienstag. Und so rein. Bis dann. Tschüss. Tschüss.